Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem schlechtesten Podcast der Vodcast-Landschaft mit Friedrich und Johann. Episode 1, der Runner. Ja, hallo und herzlich willkommen noch einmal. Hallo. Also ich bin's, der Johann. Und ich bin's, der Friedrich. Ja, und zusammen stellen wir hier ein neues Podcast-Duett dar. Projekt, ja. Projekt. Duett, ja. Duett. Und wir senden heute live aus dem Kinderzimmer. Deswegen vermute ich auch der schlechteste Podcast. Wir geben unser Möglichstes und werden einfach mal schauen, wohin uns der Abend führt, würde ich einfach mal sagen. Gleich mal zu Beginn. Vielleicht sollten wir uns kurz vorstellen. Ich bin Johann, 27 Jahre und Arbeitnehmer und zusammen hier mit meinem Bruder Friedrich, dem Jüngeren. Und ja, du kannst immer sagen, wie alt du bist. Ja, ich bin Friedrich und ich bin 19 Jahre alt und der Bruder von Johann. Genau. Und Friedrich wohnt noch zu Hause bei unseren Eltern und da nehmen wir auch gerade auf. Und grundsätzlich haben wir uns überlegt, lass uns doch einfach mal zusammen treffen und zusammen quatschen. Und vielleicht interessiert es da irgendjemanden, sich anzuhören, was wir zu bereden haben. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Uns hilft es auf jeden Fall, weil wir uns einfach nicht mehr so häufig sehen und da kann man sich einfach mal zusammentun, das Große der Welt bereden. Und es ist auch interessant für mich zu sehen, was Friedrich so zu erzählen hat, da er ja noch Schüler gerade ist. Und ja, manchmal interessiert es vielleicht auch Friedrich, was ich zu erzählen habe. Das auf jeden Fall, ja. Genau. Und von daher passt das eigentlich ganz gut. Deswegen haben wir uns gedacht, Mensch, lass uns doch mal treffen. Bei einem schönen Gösser. Ja, genau. Apropos Gösser. Eigentlich sollten wir jetzt, weil das unsere erste Episode ist, das Gösser nehmen und anstoßen. Es ist gar nicht offen, aber du kannst versuchen, die eine... Soll ich das aufmachen? Ja, mach mal. Wenn du es mir rüber gibst. Hast du... Steht gerade bei meinem Kollegen drüben. Kollegen. So, ich mach es einfach mal auf. Genau. Also ich kann erstmal nur eine aufmachen. Obwohl, eigentlich ist es auch Quatsch. Jetzt haben wir Gösser gesagt, ne? Ja, ist auch okay. Okay. Aber eigentlich ist es auch Quatsch, muss man mal sagen, dass dieses Gehabe, man hätte irgendwie was Neues gemacht und jetzt muss man anstoßen, irgendwie dieses, keine Ahnung, dass Alkohol dann dazu verwendet wird. Es ist kein Alkohol. Also, ja, es ist ein Radler. Es ist ein Gemisch aus Alkohol und Limonade. Trotzdem, wir können auch die Tradition trotzdem beibehalten. Okay. Und einfach rein. Jawohl. Sehr gut. Und, ja. Ja, es ist auf jeden Fall eine gute Idee, sich mal zu treffen. Und ich, mir ist gerade was aufgefallen. Ich war nämlich gerade nochmal auf dem Klo. Weil ich mir dachte, ich muss schnell vorher nochmal aufs Klo, bevor wir sitzen und miteinander reden. Was heißt das? Und da fiel mir wieder auf, irgendwie stört mich was an diesem Klo hier bei unserer Familie. Und zwar, ich weiß nicht, ob dir das auch noch aufgefallen ist. Was lachst du nun? Du meinst es ernst? Ja. Und zwar, das Klo ist natürlich sehr klein. Es ist separiert vom normalen Bad. Ja. Ist ja auch okay. Ist vielleicht auch manchmal ganz gut so, gerade bei einer großen Familie. Wenn halt mal einer aufs Bad will und der andere muss aufs Klo, dann müssen die nicht beide in einem Raum sein. Ja. Aber warum gibt es in dieser Toilette immer nur ein kleines Handtuch? Also wirklich. Weil niemand nutzt dieses Handtuch da drin, weil man immer ins Bad geht. Das dachte ich nämlich auch. Ich habe gesehen, das Waschbecken war furztrocken. Das ist auch übelst winzig. Das heißt, das finde ich ja okay. Das heißt aber, das hat keiner was mit dem Waschbecken gemacht in letzter Zeit. Aber warum ist denn das Handtuch so klein? Das lädt überhaupt nicht dazu ein, zu sagen, Mensch, ich möchte jetzt meine Hände reinstecken und die trocknen, weil es ist wie ein winziger, also nicht ein winziger, aber es ist ein winziges Handtuch, ein größerer Waschlappen am Ende. Ja gut. Und ich verstehe das nicht. Es nutzt halt niemand, weil du wäschst da drin die Hände und dann kannst du danach erst mal durchwischen, weil alles irgendwie auf dem Boden fliegt von diesem Wasser. Und deswegen gehst du ins Bad rüber und wäschst dir dort die Hände ganz entspannt. Und da haben wir auch die größeren Handtücher und keine Ahnung. Ja, aber an sich ist es ja Quatsch. Ich meine, das Bad ist getrennt von der Toilette. Das heißt, beides haben Türen. Das heißt, du bist auf dem Klo, müsstest dir jetzt eigentlich die Hände waschen, wenn du es von der Hygieneregel her irgendwie so nimmst, dass du sagst, okay, ich will jetzt nicht unbedingt überall mein Zeug hinwischen. Das ist richtig. Dann betätigst du die Klinke oder erst mal den Riegel, um die Klotür zu öffnen, dann die Klinke, machst die Klotür wieder zu, machst das Licht aus. Was war das denn? Ich muss einfach drüber lachen, dass das hier das erste Thema ist. Ja, aber es ist mir einfach aufgefallen und ich dachte jetzt, nee, das wollte ich dich sowieso überfragen. Und also, also du wäschst dir quasi nicht die Hände im Klo, sondern du gehst erst mal rüber. Ja, jetzt, wenn du so sagst, klingt es natürlich absolut abartig, aber es ist wirklich so. Du musst ja dann drüben nochmal das Türenklinge anfassen, das Licht anmachen. Ja, es stimmt. Du hast jetzt irgendwie fünf, sechs Punkte, wo du erst mal, da brauchst du ja auch nicht mal die Hände waschen. Das ist natürlich richtig. Das jetzt, wo du es sagst, werde ich glaube ich mal drüber nachdenken. Ja, gut. In Zukunft wird einfach ein größeres Handtuch dort hängen. Was einlädt zum Händewaschen. Ja, ist ja jetzt nicht unbedingt deine Aufgabe, aber fiel mir nur vorhin mal so auf. Aber guter Hinweis, es ist notiert. Ja. Noch kurz zu unserem Jingle, den wir gerade am Anfang gehört haben. Und zwar kann das vielleicht Friedrich am besten erklären. Erzähl mal was dazu. Ja, genau. Der ist schon etwas älter und der ist auch von mir so ein bisschen mit erstellt, auch in Verbindung hier mit meinem Bruder, dem Johann. Also wir haben da vor Jahren auf einem minikleinen Netbook. Kennst du den Unterschied zwischen Netbook und Notebook? Naja, ich würde mal sagen, ein Notebook hat mehr Anschluss. Ein Notebook ist einfach größer. Ein Notebook hat meistens noch das Numpet drüben, also dieses kleine Abteil, wo noch die Zahlen sind. Ah, ist wirklich nur der Unterschied zwischen den Tastaturen? Nee, nicht nur zwischen den Tastaturen, es ist einfach wirklich kleiner. Also das Netbook zum Beispiel hat eine Displaygröße von 10 Zoll und das Notebook hätte zum Beispiel eine Displaygröße von 19 Zoll oder so. Ah, okay. Ja gut, nur das und auch so ein kleines Netbook mit Magix Music Maker 2005. Nee, nee, so alt ist es gar nicht, 2013 oder so, Premium-Version, die hatte ich von einem Freund bekommen aus der Schule. Und da haben wir das erste Mal so ein bisschen Musik gemacht, beziehungsweise habe ich da mal ein bisschen mit rumgespielt und das hat auch der Johanne gefeiert und dann haben wir da irgendwie mal ein bisschen was gemacht und das gibt es eigentlich auch auf einem kleinen YouTube-Channel. den es jetzt zum Glück nicht mehr gibt. Den es jetzt zum Glück nicht mehr gibt, beziehungsweise er existiert bestimmt noch, aber die Videos darauf nicht mehr, wo wir einfach so ein bisschen Musik hochgeladen haben und deswegen, um vielleicht auch den Titel zu erklären, obwohl man ihn vielleicht nicht erklären muss, denn das Video beziehungsweise das Lied hieß Runner, beziehungsweise heißt Runner. Ah, jetzt hast du es verraten. Jetzt hast du es verraten. Ich wollte nur darüber überleiten, dass du ja mal erzählen kannst, dass wir das mal irgendwann vor Jahrzehnten gefühlt gemacht haben und das jetzt nicht unser aktueller Musikgeschmack ist. Nein, überhaupt nicht. Es ist schon ganz schön stressig, um genau zu sein, die Musik, die da gerade lief, aber wir fanden es ganz passend und deswegen haben wir es einfach mal was Altes wieder ausgegraben. Richtig, genau. Vielleicht beim nächsten Mal noch ein anderer Track aus dieser Zeit. Mal gucken, was uns da noch so über den Weg läuft. Ja, so sieht es aus. Zu Runner fällt mir auch gleich noch was ein. Ich gehe ja noch zur Schule. Und heute Morgen musste ich auch wieder in die Schule, wie jeden Morgen. Welche Klasse bist du? Ich bin 11. Klasse übrigens. Das wusste ich nicht. Ich dachte, ich bin bis schon 12. Nee, leider noch nicht. Aber ich, ja, noch mit 19 in der 11. Klasse, das kann man vielleicht irgendwann mal anderes erzählen, wie ich da hingekommen bin. Egal. Auf jeden Fall muss ich jeden Morgen mit der S-Bahn zur Schule fahren. Und heute, also es fährt auch nur eine S-Bahn. Der Deutschen Bahn zu dieser Schule. Und heute Morgen ist diese S-Bahn ausgefallen. Aber ohne jeglichen Hintergrund, ohne jegliche Vorwarnung oder alles. Aber sie ist nicht nur einmal ausgefallen, sondern für den kompletten Tag in diese Richtung. Ich treffe mich an dieser Haltestelle immer mit einem Kollegen. Und wir mussten dann leider feststellen, dass die S-Bahn wirklich überhaupt gar nicht fährt. Und das Problem ist, wir brauchen halt eine halbe Stunde zusammen zu dieser Schule. Das heißt, es ist alles so geplant, dass wir pünktlich ankommen. Auf jeden Fall ist uns dann heute Morgen, beziehungsweise am Nachmittag gesagt worden, als wir zurückgefahren sind, dass die S-Bahn auch wieder nicht dorthin zurückfährt, wo wir eigentlich hätten aussteigen müssen, sondern zwischendurch einfach, ja, dort schon eine Endhaltestelle hat. Und zwar am Hauptbahnhof. Eigentlich wäre sie noch weitergefahren, tat sie aber nicht. Und dann meinte zu uns der Schaffner, ja, steht alles in der Deutschen Bahn Navigator-App. Und dann ist mir in dem Moment irgendwie, fand ich es irgendwie in dem Moment ein bisschen merkwürdig, dass quasi, also man muss sich vorstellen, wir kommen dort an, an dieser S-Bahn-Haltestelle. Wir wollen zur Schule fahren. Es wird nicht angezeigt. Es wird nicht gezeigt, dass die S-Bahn jetzt bis zum Montag eine Baustelle hat auf den Gleisen, weswegen die nicht durchfährt und so ein Zeug. Und es wird quasi von uns verlangt, dass wir die App runtergeladen haben, in der steht, dass die S-Bahn nicht fährt, beziehungsweise bis zum Montag nicht fährt. Und das kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen, keine Ahnung. Das ist mir einfach nur dann gerade noch in den Sinn gekommen, weil wir dann sehr viel laufen mussten wegen Runner und zum Schluss dann rennen mussten, weil wir sonst zu spät gekommen wären. Kamen wir auch, egal. Das finde ich irgendwie ein bisschen sehr, sehr merkwürdig. Das zum Beispiel, ich meine, überleg mal, was macht denn, okay, die kleineren, die jüngeren Schüler haben wahrscheinlich alle schon ein Handy. Das heißt, die können sich das runterladen. Aber was ist denn zum Beispiel mit älteren Leuten, die in die Richtung müssen und sich überhaupt nicht damit auskennen und dann vollkommen aufgeschmissen sind? Ja, aber gut, dafür gibt es ja die DB-Mitarbeiter, den ihr ja in dem Fall auch sogar gefunden habt und gefragt habt. Also vielleicht hattet ihr einfach nur einen schlechten Tag und ging davon aus, Mensch, was fragen mich diese dummen Gören, das müssen die doch selber wissen. Aber selbst wenn es so ist, das ist eigentlich auch eine Form von, ja, ich weiß nicht, man kann ja mit euch schon erwachsen reden, man muss euch ja jetzt nicht irgendwie runtermachen. Ich weiß nicht, in welchem Tonfall er das gemacht hat. Nee, er meinte das, ja, schon so ein bisschen so nach dem Motto, ihr habt doch irgendwie alle, ihr habt doch alle ein Handy, ihr könnt euch das jetzt runterladen, so nach dem Motto. Aber trotzdem wurde es ja allgemein vorausgesetzt, weißt du? Es wurde ja jetzt nicht nur uns gesagt, sondern es wurde ja theoretisch allgemein verkündet, dass man sich die App runterzuladen hat, um das zu erfahren. Und das ist ja, also weißt du, wie ich meine? Ja, ja, aber allgemein verkündet, du meinst, das war eine Durchsage? Nein, 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 er hat quasi gesprochen, das kann man doch in der Deutschen Bahn Navigator App machen. Ja gut, aber da meinte er euch direkt, glaube ich. Ja, natürlich, aber trotzdem, also ich meine, die älteren Leute kriegen ja dann auch keine Durchsage durch ihr Hörgerät, sondern die sind ja auch darauf, weißt du, wie ich meine? Also die sind halt auch in dem Moment mit angesprochen, zu sagen, hier, es gibt eine Deutsche Bahn Navigator App. Ja, aber ich verstehe, was du meinst, den Frust. Aber das ist interessant, das wird dir auf jeden Fall noch häufiger begegnet in deinen nächsten Jahren, dass du irgendwie das Gefühl hast, du bist in so einem Zwischenlevel. Du bist irgendwie, du wirst nicht, du wirst nicht wirklich als kleines Kind wahrgenommen, du wirst aber auch nicht als Erwachsen wahrgenommen und angesprochen. Also nicht immer, ne? Sondern immer als die Generation Handy. Du bist ja die Generation Handy und du bist die Generation sozial und die Generation, die nur auf YouTube rumdatet und, ey, kein Plan hat, null Motivation. Okay, gut, das stimmt vielleicht. Nein, aber weißt du, was ich meine? Ich glaube, es dauert ein bisschen, bis du, du brauchst ein paar Jahre, bis du dann quasi erwachsen aussiehst und bis du auch wirklich als Erwachsener behandelt wirst, obwohl du ja schon 19 bist, was ja jetzt schon das Erwachsene-Alter auf jeden Fall ist. Ja. Das ist halt lustig, dass sich das auch so krass unterscheidet. Also in Supermärkten zum Beispiel, wenn man ein bisschen hochprozentig Alkohol kauft oder sowas, werde ich nicht geduzt. Ich werde sofort gesiezt und ich werde teilweise auch zum Beispiel beim Dönermann oder so gefragt, was ich denn studiere. Also es ist echt krass unterschiedlich. Also es ist irgendwie echt komisch. Also im Kiosk, wenn ich dort zum Beispiel Hochprozente gegen Alkohol kaufe, dann fragt der Typ mich gar nicht erst nach einem Ausweis. Aber gut, das ist vielleicht in Kiosks häufig so, also in solchen Spätverkaufsgeschichten. In einem Kaufland oder sowas werde ich inzwischen auch nicht mehr nach einem Ausweis gefragt. Also es ist irgendwie ein bisschen weird. Aber es ist irgendwie auch wirklich lustig zu beobachten, dass ich mal ins Alter geschätzt werde, wo ich schon studiere und wiederum dann von einem deutschen Bahnmitarbeiter als diesen Jugendlichen, als diesen Asozialen, den du beschrieben hast, irgendwie gesehen werde. Ja, aber das seid ihr ja auch. Ja, seid ihr alle diese kleinen Asozialen YouTuber, die den ganzen Tag nur Geld verdienen wollen damit, dass sie YouTube-Videos machen und gar nicht mehr richtig arbeiten wollen. Genau, oder die Instagramer. Ja, aber ich kann das nachvollziehen. Ich hatte ähnliche Begegnungen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich an viele Sachen auch gar nicht mehr erinnern, was vielleicht auch ganz gut ist. Aber deswegen finde ich, ist der Podcast ganz interessant, weil vielleicht ist das auch einfach eine Chronik für uns beide, in die wir einfach mal in fünf Jahren nochmal gucken können und sagen können, Mensch, daran kann ich mich ja gar nicht mehr erinnern. Zum Beispiel konnte ich mich vorhin, als wir den Titelsong kurz rausgesucht hatten, konnte ich mich an viele Sachen gar nicht mehr erinnern und du bist ja bei manchen Liedern irgendwie mitgegangen und hast so, ah, jetzt kommt das und jetzt kommt die und so. Jetzt kommen die Geigen. Ja, genau. Und ich dachte so, krass, ich kann mich dann nicht mehr erinnern, obwohl ich ja der Ältere bin, da müsste ich mich ja vielleicht noch irgendwie näher dran erinnern, weil man ja im, naja, aber war tatsächlich nicht der Fall. Aber ich glaube, ich bin sowieso schon sehr vergesslich für mein Alter. Ich vergesse viele Sachen und ich glaube, hätte ich nicht meine Frau, die mich an viele Sachen erinnern würde, dann würde ich auch viele Sachen im Leben verpassen. Oder, ja. Von daher leg dir eine gute Frau zu und, ja, das hilft auf jeden Fall sehr. Ich wollte noch irgendwas, warte mal, mir fiel noch irgendwas ein, was wir noch unbedingt heute besprechen wollten oder was ich dir noch erzählen wollte. Ich nehme währenddessen mal kurz einen Schluck aus dem Kessel. Ja. Das war ein, ah, oh ja, oh ja. Okay. Stell dir mal vor, Google würde es böse mit uns meinen, die hätten echt ganz schön viel in die Hand, oder? Ja. Und da fällt mir auch instant was ein. Instant. Da fällt mir auch instant was ein. Ah, okay. Was ist denn das schon wieder? Ey, also, sorry, aber mal ganz ehrlich, instant, also, vor welchem ist das so häufig? Ja. Also, ich verstehe schon, was das bedeutet, aber warum ist denn das bei dir so eingesickert? Ich weiß es nicht. Aber merkt ihr den Punkt, den du eigentlich instant sagst? Nee, aber, also, seit wann hast du es denn? Das kann ich überhaupt nicht sagen. Oder woher, woher hast du das Gefühl, kam das so? Also, ich glaube, es kam auch so ein bisschen durch YouTube. Also, aber ich weiß nicht, durch welchen YouTuber oder so. Aber nicht durch den, durch den Kontakt, mit Klassenkameraden oder durch Freunde oder so, sondern tatsächlich, dass man sagt, okay, das kam halt häufig in YouTube-Videos. Das kam halt häufig in YouTube-Videos vor und Kollegen haben die YouTube-Videos auch gesehen und dann eignet man sich irgendwann das so an. Keine Ahnung. Ja. Und dann redet man drüber, zitiert vielleicht auch Phrasen, die lustig waren und dann kommt das Instant und dann ist das Instant Instant drin. Ja, okay. Instant. Instant. Instant in, Instant erinnert mich immer an Instant-Caffee und das erinnert mich irgendwie an eklig. Aber ja, egal, was dir jetzt bei Instant gefallen hat. Ja, nee, nicht bei Instant, sondern bei Google, weil du meintest, wenn Google etwas böse mit uns, wenn Google es böse mit uns meinen würde, dann hätten sie es ganz schön leicht. Ja. Oder so. Weil zum Beispiel, das ist irgendwie eine neue Funktion, die habe ich auch erst jetzt letztens auf meinem Handy gesehen, dass Google von mir die Passwörter speichert. Also es gibt es ja schon, dass man das in Chrome speichern kann. Aber inzwischen gibt es so eine Autofill-Funktion. Also das bedeutet, du registrierst dich irgendwo, dann speichert der das Passwort ab und erkennt, wenn du dich in der App, die genauso heißt, wie die Seite, in der du dich eingeloggt hast. Zum Beispiel, du hast dich bei der DKB mit deinen Zugangsdaten eingeloggt und du bist in Chrome angemeldet mit deiner Google-E-Mail-Adresse und dann, das ist die gleiche Google-E-Mail-Adresse, worüber du auch die ganzen Apps runterlädst auf dein Handy, speichert das das. Also es fragt natürlich vorher, ob du das Passwort speichern darfst und aus Bequemlichkeit sagst du ja, weil dann ist es immer automatisch ausgefüllt, wenn du draufblickst. Aber dann lade ich mir die App runter und dann erkennt es, dass ich wieder in der DKB-App bin. Ich fange an, meinen Benutzernamen einzugeben von der DKB und er schlägt mir Instant-Autofill-Funktion vor und füllt automatisch mein Passwort aus für mein Online-Banking. Ernsthaft? Ja. Und das ist auch das richtige Passwort. Das ist auch das richtige Passwort. Und das ist nicht nur bei Online-Banking so, sondern das ist halt überall bei allen möglichen Passwörtern Zeugs so. Aber da muss es ja eine Verknüpfung geben, dass Google weiß, okay, der macht jetzt irgendwas mit DKB, jetzt muss ich das Passwort verwenden. Also das muss ja irgendwo gespeichert sein. Ich verstehe auch nicht, was da so ganz dahinter ist und das Lustige ist, es geht auch nur bei der DKB. Inzwischen geht es witzigerweise nicht mehr. Keine Ahnung, was da los ist. Es geht nicht mehr und es geht auch nicht bei N26 oder bei der Sparkasse. Das funktioniert da gar nicht. Da wird das gar nicht vorgeschlagen. Aber bei der DKB ist mir das, keine Ahnung, dreimal oder so wieder fahren. Inzwischen logge ich mich mit Fingerabdruck ein, was vielleicht auch noch ein bisschen, ja, worüber man vielleicht auch noch streiten könnte. Aber Google hat so viele krasse Daten und wenn die jetzt auch noch anfangen, unsere Passwörter da zu kriegen, okay, gut, sie haben danach gefragt und ich habe es bestätigt, aber ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass er mir in der App vorschlägt, alles für mich auszufüllen, um mich einzuloggen in mein Online-Banking, also in mein Geld quasi. Also das ist schon wieder so. Ja, zu dem Thema, also ich verstehe das ja immer mit diesem, man bestätigt was und man drückt halt schnell drauf aus Bequemlichkeit. Ich liebe auch ehrlich gesagt Passwortspeicher, weil ich es echt nicht mag, wenn ich mich zum Beispiel bei meinem Handyanbieter oder sowas einloggen will, es ist einfach bequem, wenn Mozilla, Firefox oder welcher Browser auch immer das einfach gespeichert hat und du gehst auf die Internetseite und dann bestätigst du noch ja und zack und du bist drin, musst du nicht irgendwo nachkramen in deinem Kopf oder wo du dir irgendwo das notiert hast oder wie auch immer, was ist jetzt das Passwort für meinen Internetanbieter, du bist halt drin, kannst deine Rechnung abrufen, zack, zack. Das finde ich schon cool, aber diese Bestätigung, die du halt gibst, da dachte ich mir mal neulich, diese Datenschutzsachen guckt ja auch keiner durch, so richtig, ne? Das weiß ich nicht, aber ... Aber die liest ja auch keiner. Ach so, du meinst die Datenschutzbestimmungen, also die dann so vorgeschlagen werden zum Durchlesen. Ja, genau, oder auch die Einstellungen, Privatsphäre-Einstellungen und sowas. Gibt es davon eigentlich, also warum, vielleicht ist da schon jemand drauf gekommen, aber warum gibt es davon eigentlich keinen YouTube-Channel, der sowas heißt wie, ich lese Datenschutzrichtlinien vor. Ja, und dann kannst du nämlich sagen, okay, es liest sich mal einer quasi die Datenschutzrichtlinien von Google komplett durch. Aber die ändern sich ja auch immer. Ja, okay, gut, ja, aber, ja gut, aber alle halben Jahre mal oder so, oder jedes Jahr mal irgendwie. Und er liest sich die halt durch und markiert sich halt die Punkte, die halt wirklich auch interessant sind und fässt die halt mal zusammen in einem Video, in einem YouTube-Video und da machst du einfach einen kompletten Kanal aus Datenschutzrichtlinien und AGBs und kannst halt, also, es wäre natürlich eine Servicearbeit und es ist natürlich unglaublich aufwendig für denjenigen, die er es macht, aber ich glaube, die Leute wären ihm echt dankbar, wenn er einfach mal sagt, okay, ich gucke mir jetzt ein 3-Minuten-Video an und dazu habe ich halt quasi dann alle Fakten, die, was jetzt Google an meinen Daten sammelt oder nicht und ob ich dem jetzt zustimme oder an welcher Stelle könnte ich jetzt noch in den Einstellungen Häkchen machen, dass sie das und das nicht machen. Und dafür würde ich mir, also grundsätzlich schon gerne Zeit nehmen, also ich würde, anders gesagt, selbst wenn die Datenschutzrichtlinien nur 5 Minuten dauern würden, um sie durchzulesen, würde ich die 5 Minuten nicht in Anspruch nehmen, aber ich würde mir ein 5-Minuten-Video dazu angucken, wenn es gut gemacht ist. Aber das ist mir witzigerweise noch überhaupt gar nicht hin, denn sie sind gekommen, irgendeinen YouTube-Kanal darüber aufzumachen oder beschweige denn, danach zu suchen auf YouTube. Ich finde, das ist unsere Aufgabe. Aber das ist halt, das ist halt echt übelst krass für Arbeit, weil es gibt ja für jede, für jeden anderen Google-Dienst nochmal abgewandelte Datenschutzbestimmungen, also für Gmail, dann gibt es bestimmt noch, was gibt es noch von Google? Ja, die ganzen Google-Play-Geschichten, also keine Ahnung. Das ist bestimmt überaufwendig, aber es würde sich natürlich rechnen, wenn auch Leute danach suchen würden und ich habe persönlich noch nie danach gesucht, dass mir jemand die Datenschutzbestimmungen vorliest oder mir zusammenfasst, weil ich davon ausgehe, wenn ich da das Häkchen drücke, dass da jetzt nicht drinsteht, dass sie berechtigt sind, bei mir nach Hause zu kommen und sich, und meine Wohnung irgendwie auszuräumen, weißt du? Ja, ja. Naja, klar. Davon gehe ich einfach aus, obwohl das halt echt mal witzig wäre, wenn das mal passieren würde. So, weil dann, ich weiß nicht, also wenn das wirklich mal drinstehen würde und man würde es einfach überlesen und dann stehen sie mal vor deiner Tür. Naja. Naja, aber also grundsätzlich, wenn man sich mal vorstellt, Google könnte, könnte ja so viele Leute erpressen oder, also wenn es so ein Mastermind dahinter geben würde, das ist eigentlich schon krass. Also ich meine, oder Google mal einfach eine Woche abgeschaltet wäre, es wäre schon für einige auf jeden Fall schwierig, für viele diese, die Google Drive Sache nutzen oder sowas oder auch meinetwegen diese Google Smart Home Nummer oder sowas. Ja, ganz Google Assistant und so. Ja, es ist doch einfach nur krass, dass wir so abhängig von einer Firma sind. Also dazu habe ich halt auch in der Schule mal einen Vortrag gereiht zum Thema Datenschutz und bin da halt auch auf dieses Thema gestoßen und habe bei Google, das kannst du ja inzwischen irgendwie bei jedem Internet, bei jedem Anbieter, der über online irgendwelche Daten von dir sammelt, quasi eine, wie heißt das, eine Analyse beziehungsweise anfordern. Also dass du die Daten, die über dich gesammelt wurden, anforderst und die werden dir innerhalb von drei Tagen oder sowas zugeschickt. Entweder du kriegst was per Post, also von Amazon kriegst du irgendwie auch eine CD, wo alles drauf ist, wenn das übelst viel ist oder so oder du kriegst halt als ZIP-Datei, also als verpackte Datei, die du dir direkt runterladen kannst, so. Oh, da muss der Rülpst. Entschuldigung, Entschuldigung. Er hat das Gößer zugeschickt, würde ich mal sagen. Aber ich denke, das haben wir uns auf jeden Fall verdient. Ja, da gab es doch mal diesen Kollegen, der irgendwie, diesen Jura-Studenten oder sowas, der gegen Google geklagt hat, oder? Der hat doch, der hat sich quasi das alles zuschicken lassen, hat wirklich, und dann hat das tatsächlich mal jemand irgendwie in Papierform zugeschickt, versehentlich, vermutlich am Ende, und da war das ein übelster Stapel irgendwie, sowas habe ich da mal gelesen, aber das ist nur gefährliches Halbwissen. Aber auf jeden Fall gab es da einen Prozess, deswegen zu Google und ihm oder so. Aber garantiert auch in Amerika, oder? Ne, ich glaube, das war ein Schweizer oder sowas, der die. Okay. Oder Österreicher. Ich weiß es nicht, Halbwissen. Schwierig. Auf jeden Fall, ich habe halt meine Daten angefordert, habe die auch bekommen und konnte dann schauen, wo ich am 13. September 2014 um 17.23 Uhr unterwegs war. Ernsthaft? Ich konnte, bei mir war dann eine Google-Karte aufgeführt, wo ich langgefahren bin. Eine Google-Maps-Karte? Eine Google-Maps-Karte. Und das ist wirklich insane. Oh, ja. Also, insane ist ja nicht insane. Insane ist aber auch interessant. Ja, okay. Nee, jetzt kannst du dich abschreiben. Okay. Ich will es ganz kurz, das zu Ende finden. Da war ich bei einem Freund, ein bisschen außerhalb von Leipzig, bin ich mit dem Fahrrad hingefahren. Es steht sogar wirklich die Zeit da, die du gebraucht hast, um da hinzukommen und vermutlich bin ich dann mit dem Fahrrad gefahren. Ah, es stand da vermutlich mit dem Fahrrad gefahren? Ja. Das ist übel lustig. Beziehungsweise, also es wird dann vermutet, keine Ahnung, aber das muss auch nicht immer stimmen, weil wenn du schnell rennst, bist du vielleicht auch so schnell wie das langsamste Fahrrad. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich da bei einem Freund, war dann eine anderthalb Stunden später, war ich wieder zu Hause und bin von da aus dann wieder in die Stadt. Also ich konnte wirklich gucken, wo ich dann wie lange war und wo ich von 2015 oder 2014 oder so konnte. Also ich konnte rückblickend gucken, wo ich war und das Jahre rückblickend. Du musst dir mal vorstellen, es sind vier Jahre dazwischen vergangen, was da an Entwicklungsarbeit in der Zwischenzeit geleistet worden sein wird, ist geworden, sein Zeitformenproblem gerade. Aber ihr wisst alle, was ich meine. Also was in der Zwischenzeit alles entwickelt wurde und was wir jetzt vielleicht noch gar nicht wissen, was dann erst in ein, zwei Jahren auftaucht, wo man sich sagt, Mensch krass, das konnten die schon 2019. Ja, das geht so schnell. Das geht einfach übelst schnell alles irgendwie. Ja. Und die ganzen Tracking-Zeugs, also wirklich schon 2014 gucken konnte, also Google gucken konnte, wo ich langfahre, wie lange ich brauche und exakt welche Straßen ich langfahre. Also wirklich, wirklich exakt, wo ich dann abgebogen bin. Also das ist halt wirklich, ich sage jetzt nicht insane, das ist wirklich krass. Okay. Ja, definitiv. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz gutes Schlusswort, insane. Ich hoffe ganz einfach, dass dieser Podcast für euch insane begonnen hat, dass er euch wohl gestimmt hat. Und vielleicht schaltet ihr das nächste Mal wieder ein. Wir würden versuchen, das tatsächlich wöchentlich zu machen. Würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, oder? Und tatsächlich auch, anders als vielleicht andere Podcast-Formate, immer nur persönlich. Also ich habe, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe zumindest keine Lust zu sagen, oh, jetzt müssen wir wieder Podcast aufnehmen. Jetzt müssen wir uns zueinander schalten. Ja. Ich finde halt einfach, es muss halt entspannt sein und man muss sich dabei in die Augen schauen können und man muss sich treffen. Und darum geht es ja auch. Wir treffen uns, wir reden, wir nehmen das dabei auf. Wer es hören will, der hört es und hört uns dann auch nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Das war Brotherhood, der wahrscheinlich schlechteste Podcast in der Podcast-Landschaft. Wenn es Ihnen trotzdem gefallen haben sollte, können Sie uns auch ab nächste Woche wieder über iTunes oder Spotify lauschen, wenn es wieder heißt Zwei Brüder, eine Brotherhood. Zwei Brüder, eine Brotherhood.